Die Insel füllt sich langsam wieder, der Strand ist belebter, die Osterurlauber sind schon da oder werden erwartet. In diesen Tagen wandern auch die Inselstrandkörbe aus ihren Winterquartieren zurück an die Strände. Gewartet und aufgehübscht bieten die kultigen Sitzmöbel bis in den Herbst hinein Schutz vor Wind und Sonne. Alle Urlaubsgäste, die einen Strandkorb für ihren Sylt-Aufenthalt mieten möchten, können dies bereits jetzt von zu Hause aus bequem online tun.